Ihre Komunos-Vorteil-Coupons haben Sie bisher in Papierform an der Kasse eingelöst. Jetzt können Sie die meisten Coupons auch online oder mit der Migro-App aktivieren und so automatisch profitieren. Das funktioniert ganz einfach. Ihre digitalen Coupons finden Sie auf migro.ch im Bereich Mein Konto. Wählen Sie zuerst Coupons, von denen Sie profitieren wollen. Dann aktivieren Sie diese Coupons mit einem Klick. Oder aktivieren Sie Ihre Coupons mobil mit der Migro-App. So haben Sie Ihre Coupons immer dabei und verpassen keinen Vorteil. In der Migro-App aktivieren Sie Ihre Coupons mit nur einem Fingertipp. Bei Ihrem nächsten Einkauf profitieren Sie automatisch von Ihren aktivierten Coupons. Durch Vorzeigen Ihrer Komunos-Karte oder mit der digitalen Komunos-Karte in Ihrer Migro-App. Sie haben einen Papiercoupon daheim vergessen? Kein Problem, denn die meisten Coupons stehen Ihnen auch in der Migro-App zur Verfügung. Achten Sie auf dieses Zeichen auf dem Papiercoupon. Das gilt zum Beispiel auch für die beliebten Bonus-Coupons, die Sie bei einem Einkauf ab 100 Franken direkt an der Kasse erhalten. Verpassen Sie keine Vorteile. Schauen Sie doch öfter auf der Komunos-Website oder in der Migro-App nach. Dort finden Sie regelmäßig neue Coupons. Mehr zu den digitalen Coupons finden Sie auf migro.ch oder in der Migro-App.